Hallo Jens! Hallo! Wir freuen uns hier das neue Nokia Lumia 800 zu erreichen und wünschen dir sehr viel Spaß damit und freuen uns auf deine exklusiven Testergebnisse. Wie ist dein erster Eindruck? Ja, auf jeden Fall sehr stylisch. Hallo Carmen! Hallo! Wir freuen uns hier das Nokia Lumia 800 überreichen zu dürfen. Wir wünschen dir viel Spaß dabei und freuen uns auf deine exklusiven Testergebnisse. Vielen lieben Dank! Wunderschönes abgerundetes Glasdisplay. Ganz einfach zu bedienen. Sogar für mich als Blonde. Wir freuen uns hier das neue Nokia Lumia 800 zu erreichen. Wow! Das Display ist einfach brillant in den Farben. Dieses cool Display haben wir mit dieser leichten Wölbung drin. Wir freuen uns hier das neue Nokia Lumia 800 überreichen. Ja, super geil! Und wir wünschen dir viel Spaß damit. Ja, cool! Kannst du es gerne mal rausnehmen. Ja, ich würde es auch direkt ausprobieren, wenn das geht. Und wir freuen uns natürlich dann auf deine exklusiven Testergebnisse. Ja, ich freue mich drauf, das auszuprobieren. Ich habe da Spaß dran. Bis zum nächsten Mal.